Musik Guten Tag liebe Schüler und willkommen bei Janschul aktuell. Wie viele mitbekommen haben, ist Franziska Bauer verschwunden. Wir haben keine Ahnung, wo sie ist, aber wir glauben, dass Leon Nipkin, ihr alter, bester Freund, wie jetzt zu sehen, sie entführt hat. Wir haben viele Beweise, die dafür stimmen, die ich euch hier jetzt einblende. Weitere Informationen können wir euch jetzt hier nicht geben, deswegen würde ich mich später wieder melden. Euer Janschul aktuell. Währenddessen bei Franzi. Hi! Oh, hallo, mein Kindchen. Komm mit, wir setzen uns ein bisschen hin. Ja. Geht's? Ja, geht's. Schau mal wieder hier. Na, mein Kindchen, habt ihr schon lange bei mir gesehen? Was gibt's denn zum Erzählen? Ja, also ich bin von zu Hause abgehauen. Wie, du bist von zu Hause abgehauen? Ja, ich wollte dich halt mal wieder besuchen kommen. Oh, das war aber süß. Dafür bekommst du jetzt 5 Euro, mein Schatz. Ich hatte zwar nicht mehr, aber das reicht. Danke, danke. Danke. Komm, ich mach dir was zu essen. Und mein Kindchen, wie hat das Essen denn geschmeckt? Super, vielen Dank. Also, ich muss dann auch schon wieder gehen. Oh, schon gehen? Ja. Tschüss. Ja, Oma, reicht. Reicht? Danke. Tschüss. Also, tschüss. Komm gut daheim. Ja. Willkommen zurück bei Jans Schulaktuell. Franziska Bauers wieder aufgetaucht. Leonipkin hat sich nicht entführt, sondern sie war nur bei ihrer Oma. Andere Informationen in dieser Schule gibt es gerade nicht. Ich melde mich, wenn es wieder welche gibt. Euer Jans Schulaktuell. Sie wurde von ihrer Oma entführt. Hä? 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 Ich habe einen Text vergessen. 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 Ich habe einen Text vergessen.